Ich muss jetzt nicht unbedingt verstehen, warum der Flak-Panzer jetzt nicht den Bomber, sondern den Copter runtergeschossen hat. Oh, wobei, ich verstehe es. Ich verstehe es, warum er es gemacht hat. Und warum? Weil er an diesem Feld hier nicht in der Reichweite von Raketenwerfer steht. Okay, da komme ich nicht hin. Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Deine Falle! It's a trap! Da unten in der Basis jetzt irgendwas zu bauen ist leichter Selbstmord für die Einheit die da gebaut wird. Ich hab schon wieder Tag 8, ich muss jetzt wieder in 2 Tagen den ganzen Rest aufräumen. Du überlebst auch wieder mit einem HP oder? Natürlich bin ich ja nicht mehr anders gewohnt. Wie viele Einheiten hat er denn noch? 7 6 5 Der bringt mich jetzt noch am meisten von allem was ich bauen kann um die Sichtweite noch ein bisschen zu erhöhen. 5 Einheiten, das sind genau die 5 hier. Schauen wir mal ob das diesmal hinhaut. Ich glaub zwar auch nicht wirklich dran aber... Ansonsten muss ich das mal wieder ein bisschen anders angehen. Der Copter kommt nirgendwo hin. Ich glaub nicht, dass das irgendwas wird. Dafür steht dann noch ein bisschen zu viel. Schaltet wahrscheinlich eh wieder an eine Einheit, so wie ich das kenn. Ich bin in erster Linie wahrscheinlich auch wieder daran, dass ich keine One-Hit-Chaos krieg. Mehr als das kann ich auch nicht mehr machen. Bei 90% mach ich 8 Schaden? Ernsthaft? Den muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Wie kann man denn bei 90% noch 8 Schaden machen? Na gut. Müssen wir nochmal machen. Ich hasse diese Mission. Da kann viel zu viel schief gehen. Da kann viel zu viel schief gehen. Neun Tage. Neun Tage. Neun Tage. Ich mach's jetzt einfach mal so. Ich baue jetzt gar keine Panzer mehr. Ich baue nur noch Copter und Bomber. Werde ich schon auch irgendwie durchkommen mit... ... 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